Wir laufen weiter in Landstraße, also da wo die ganzen Fahrzeugen uns nerven und vergiften mit ihren Abgasen. Und ich fand das voll cool die ganzen letzten Tage meinen Kopf durch die Heide durchgeschoben zu haben. Guckt euch mal diesen verstorbenen, hier wie heißt das normal, dieser Birkenbaum, der sieht so richtig verstorben aus. Das ist so ein richtiger tödlicher Birkenbaum, der hier so ganz alleine steht. Der ist so ein richtiger Vollfett-Birkenbaum, der verstorben ist. Das sind Landstraßen-Birkenbäume, die sind vollkommen verpestet und verseucht sind von diesen Abgasen. So langsam ein Dunkle kommt und wir werden jetzt gerade auf diesen Birkenbaum den Tarp aufbauen. Hier haben wir gepinnt. Heute Nacht war ein bisschen frisch und sehr feucht gewesen, so richtig befeuchtet, als ob da so ganz viel hier gasförmige Nass da war. Aber jetzt ist das richtig geiler Sonnenstrahlen. Das finde ich richtig gut, weil der D3 muss vernünftig scheppern.